Derrick Lewis spricht oft davon, dass er aber auch große Panik hat vor dem Müdewerden. Ich habe im Joe Rogan-Podcast gesagt, dass er mal auf den ersten Karrierekämpfen mal einen Kampf hatte, wo er jemanden, weil er einfach zu viel zu müde war, bewusst in die Eier getreten hat, um nochmal ein bisschen Verschnaufbrauen zu bekommen. Typischer Derrick Lewis. Joe Rogan lacht sich auch kaputt, sagt, Derrick, sowas darfst du nicht sagen. Und Derrick, wieso? Maximal kriege ich einen Punkt abgezogen. Das ist zu hart. Bei jedem anderen würde ich sagen, was für ein Arsch. Bei ihm finde ich es witzig. Ja, verstehe ich voll. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, Derrick Lewis liegen tatsächlich drei Runden. Und ich könnte mir vorstellen, dass er ein bisschen mehr vorwärts geht, wohl wüsstend, dass der Kampf in Anführungszeichen nur 15 Minuten geht. Das war krass, das kann ich gar nicht. Er hat ihm die Eier getreten. Herr, ich glaube, das war krass. Ich bin die Eier getreten,